Also, was ist UNO? Wann wurde gegründet? Warum? Was sind die Ziele? Und lohnt es sich immer noch? Also, wir sprechen über solche Ideen, über die Menschen, wie sie darüber denken. Also, man kann gerade damit beginnen. Sie können auch, also hauptsächlich sprechen wir über UNO, aber dann kann man auch andere, zum Beispiel diese Suggestlyse-Organisationen, Ambition, ja, Espreschen. Das geht auch schon, noch. Viele von uns wissen schon, also über Ambition über Weltpolitik. UNO bedeutet Weltpolitik. Es gibt 193 Länder. Sie sind Mitglieder von UNO. Und diese alle zusammen wollen die Probleme ohne Gewalt lösen, aber manchmal auch mit Gewalt. Das hängt von vielen Faktoren ab. Okay, sehen wir mal, was die Menschen sagen. Wer beginnt? Bitte schon. Ja, hallo, bitte, Mogan, Allah. Mogan. Ich heiße Shaktir, Sekhavad. Heute ist Rishi Shiba, Interessantris Thema, Bozu Raukanweer, de UNO. UNO ist eine internationale Organisation, der Arbeite für die Alliation der Volk-Restlichen Zusammenarbeit, der internationalen Gesellschaft, der Wirtschafts-Anwicklung, der sozialen Forestryst, der Menschenrecht und der Weltfriedenz. Die zikreation der Länder der zweiten Weltkriege haben so eingereistert, dass die Menschenrecht nicht weiter verletzt werden. Es gibt 192 Mitgliederländer. Indien war eines der Länder, die die Erklärung der Vereinten Nationen Unterseiten haben. Und ja, das natürlich, Indien braucht UNO, nicht nur UNO, sondern auch Indien braucht ständige Mitgliedschaften. Wenn Indien eine ständige Mitgliedschaft hat, wird Indien ein sehr starkes Land sein. Warum brauchen Indien ständige Mitgliedschaften? Weil Indien die größte Demokratie der Welt ist. Es ist ein Land mit einer Bewölkerung von über 120 Kronen. Es gibt eine der fünf größten Volkswirtschaften der Welt und die indischen Arme ist gehören zu den fünf größten Armen der Welt. Und Indien schinkt ihre Arme jede Friedensmission. Und wenn Indien Vito haben wird, gibt es viele Vorteile. Zum Beispiel Experten sagen, dass Indien dann ein solches Vito-Recht haben wird, dass das Kräftsverhältnis in der eigenen jungen Menschen verändert wird. Dann wird nicht nur China, sondern auch Indien eine große politische Kraft auf dem archentischen Kontinent. Indien wird in internationalen Foren Arrent-Hafner gehört. Und die Terroristenaktivitäten in Pakistan werden gebremst. Und Amerika, Frankreich, Russland, China und Großbritannien sind die einste. Sie alle haben ein Vito-Recht. Und Amerika, Frankreich und Russland unterstützen Indien. Aber die Haltung Großbritanniens ist nicht klar. Und andere Seite unterstützen China Indien niemals als Vito-Recht. Ja, das ist alles für meine Seite. Das ist ich gerne. Also, ich fühle, wenn du sagst, dass Indien wird Vito-Recht haben. Ja, seit Erich, Hoffmanns ist. Ja, aber das werden wir sehen. Warum sollte Indien Vito-Recht haben? Wir sagen, weil wir sind die größte Demokratie der Welt. Wir haben auch Macht, wir haben so viele Bevölkerung. Warum sollte die Strukturen nicht ändern? Die Strukturen des Sicherheitsrates sollten jetzt geändert werden. Das ist veraltet. Aber warum sollten diese fünf Länder Vito-Recht noch teilen? Okay, ja, wir bekommen diese Ideen auch noch. Ja, noch jemand bitte. Es gibt viele Gründe, warum Indien ist Vito-Pauer oder Vito-Recht haben. Und die erste Gründe ist die andere Länder. Die andere Länder wollen es, Indien als Vito-Pauer, Vito-Recht. Zum Beispiel Pakistan, Französisch, Französisch, China. Diese Länder brauchen wir nicht. Und das gibt auch der Hauptgrund, hintergrund, warum sind wir nicht eine Ständige Mitglied von UNO. Zum Beispiel die Korruption-Recht. Und die zweite ist, Verbrechen gegen Frauen und Kinder sind sehr hoch in Indien. Deshalb sind wir nicht ein Vito-Power, haben wir nicht ein Vito-Recht. Und auch Ausbetonung des Arbeitskraft. In Deutschland, die Situation ist ganz anders. In Indien müssen wir mehr als sechs Stunden oder acht Stunden arbeiten. Und das folgt nicht die Rest von Humanitären. Und es gibt auch viele Gründe, zum Beispiel Terrorismus und Nexalismus. Diese sind auch die Gründe, warum haben wir nicht die Vito. Und ja, die Haupt ist Kommunal Disharmonie und kann man sagen Gemeinde Disharmonie zwischen den Religionen und den verschiedenen Gemeinden. Das ist auch die Gründe unter der Vito-Pauer. Und ja, Indien ist das ein Teil von, wie sagt man, ein Ständige Mitglied von UNO. Aber wir sind die Teil von Z4. Und man kann sagen, diese sind die Länder, diese sind die vier Länder. Die arbeiten zusammen und untersuchen einander. Damit, diese vier Länder können auch ein Teil von UNO sein. Zum Beispiel, diese vier Länder sind in Brasilien, Deutschland, Indien und Japan. Diese vier Länder unterstuchen einander. Damit, diese vier Länder in Zukunft, Teil von einem Ständige Mitglied von UNO können. Und ja, ich habe auch etwas über UNO gelesen. Und ja, einer meiner Freund hat schon gesagt, er ist eigentlich eine Vereinten Nation und gibt es viele Mitglieder. Und ja, das war die Französische, die vier Länder, die vier Länder, fünf Ständige Mitglied. Weil damals war die Französische ein sehr wichtigster, oder sehr wichtigster, das Land. Deshalb Französische ist auch ein Teil von UNO. Eine Ständige Teil von UNO. Und die Ziel, das Ziel von UNO ist klar, internationale Frieden und dieses Reich wiederzuherstellen. Und freundliche Verbindung zwischen den Ländern. Und ja, die internationale Kooperation erreichen. Diese sind das Ziel von UN. Und sie passen auch auf die Kriege zwischen den Ländern, Menschheit, Menschenrest auch und so weiter. Es gibt viele Röle von UN. Und ja, ich denke, wir sollen auch ein Teil von UN sein. Und ja, auch die, wie gesagt, mein Ständiges Mitglied sein. Danke. Danke, Rajen. Ja, sie haben gesagt, warum wir Vito, also Rest nicht haben. Vielleicht haben sie teilweise Rest. Darüber sprechen wir auch ein bisschen später. Ich sehe aber das ganz anders. Wir haben keine Vito-Rest, weil wir nicht haben. Das ist alles. Also das ist ja auch lächerlich. Aber ja, wir diskutieren darüber auch noch. Also wir beginnen einmal, was UNO ist. Also sie haben schon gute Punkte gebracht. Was ist UNO? UNO, sie haben gesagt, Vereinte Nationen. Natürlich, das ist eine große Nation. Organisation. Organisation. Und aber unter dieser Organisation gibt es andere Organisationen, zum Beispiel WHO, die Weltgesundheitsorganisation, UNICEF, Kinderhilfswerke, Weltbank und Internationaler Gerichtshof. So sind auch da, die alle arbeiten zusammen. Aber hauptsächlich sprechen wir über UNO, UNO. Was macht UNO? Was sind die Ziele? Oder besser gesagt, was waren die Ziele? Und ist das erfolgreich? Ja, Freunde, wer will jetzt weiter? Ja, guten Morgen. Ich habe gehört, UNO oder Vereinte Nationen sind eine globale, diplomatische und politische Organisation, die für die internationalen Frieden und internationalen Stabilität tätig sind. UNO wurde im Jahr 1945 gegründet, nach den schrecklichen Konsequenzen von der Weltkrieg II. Wenn alle internationalen Führer verschlungen, eine neue globale Organisation zu schaffen, um den Frieden zu erreichen und Missbrauch vom Kriegen zu vermeiden, dann wurde die UN oder Vereinten Nationen gegründet. Und ursprünglich hatte UNO nur 51 Mitgliedstaaten. Heute hat die Organisation mit Hauptsitz in New York City mit 193 Mitgliedstaaten. Und warum brauchen wir UN oder Vereinte Nationen? Es gibt fünf Hauptrolle, die von UN erledigt werden. Der erste ist, den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu schaffen. Der zweite Punkt ist, Menschrecht zu schützen, Humanrecht. Und dritter Punkt ist, humanitäre Hilfe zu leisten. Zum Beispiel in einigen Ländern sind nicht reich und sie leiden an vielen Problemen. Und deswegen ist UNO da. Wenn eine Nation Mitglied ist und Probleme hat, kann die Nation natürlich die Hilfe von UN erwarten. Und UN mag das auch. Und vierter Punkt ist Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Es gibt zahlreiche Arten von Entwicklung, langfristig, kurzfristig, mittelfristig. Die Entwicklungen, die kurzfristig sind, hört man sehr gut an, aber die sind nicht gut für die Umgebung, für die Welt. Und deswegen ist eine nachhaltige Entwicklung nicht am besten. Und deswegen vielleicht bleiben wir zu Hause wegen der kurzfristigen Entwicklung. Und UN beobachtet, was für eine Entwicklung passiert in der Umgebung. Und der fünfte Punkt und der letzte Punkt ist, dass Folgerrecht zu wahren. Ja, das ist alle von meiner Seite. Danke. Ja, genau. Richtig. Die Ziele waren und sind natürlich gut. Und das klingt super aus. Und das hat auch richtig bis jetzt ja relativ gut funktioniert. Ja, von der, noch jemand, wer ist dran? Ja, bitte. Ja, ich möchte auch, dass wir in Sofugan haben, dass wir das Vistigste Hauptorgan von UNO, diese sind General Verzambelung, General Assembly. Die zweite ist Dissertheit Stad. Die dritte ist Wirtschafts- und Sozialrat. Dann haben wir Trau-Khan-Sad. Dann haben wir Internationale Gerichtshof. Dann haben wir das Secretariat. Und alle die Organisationen, wie WHO und UNISAFE, diese sind die Teil von diesen sechs Hauptorganen. Danke. Ja, vielen lieben Dank. Okay. Jetzt noch jemand weiter? Bitte. Was denken Sie? UN ist für Demokratien oder gibt es auch andere Diktatoren, Königreichen? Alle sind da drin. Und können Sie auch einige wichtige Rolle? Also das heißt, etwas, das von UNO erledigt wurde. Schöne Beispiele sagen. Und das alles braucht Geld. Wer finanziert? Das ist auch wichtig. Also Macht und Geld. Diese beiden zusammen regieren die Welt. Das wissen wir alle. Wer finanziert? Natürlich, wir wissen schon, dass UNO bedeutet USA für vielen. Weil USA gibt so viel Geld. Deshalb will er das auch leiten. Und ich habe irgendwo gelesen, dass mehr als 20 Prozent, 22 Prozent Geld wird von USA gegeben. Und dann gibt es Japan, China, Deutschland und Frankreich. Deutschland ist nicht Teil der Sicherheitsrat, also Ständiger Rat. Aber dann, Sie finanzieren und deshalb, Sie leiten auch dem Gemisch. Vielleicht für Ihre politische Benefit und sowas. Ja Freunde, wer will darüber jetzt sprechen? Hallo. Hallo. Bitte. Ja. Ja, hallo zusammen. Wie üblich beschäftigen wir uns mit einem sehr interessanten Thema. Das ist UNO. Und ja, wir haben schon so viel über UNO gelesen und gelernt. Aber ich möchte etwas in meinen Worten erklären. Ja, nach Weltkrieg 1, ja, es gab einen, ja, sehr notwendig für, ja, für, ja, für eine Organisation. Ja, ja, das kann ja für, ja, das kann arbeiten, für diesen Weltkrieg zu halten. Und ja, deshalb wurde die League of Nations, ja, wurde gegründet. Und ja, aber die League of Nations hatte so viele, ja, Nachteile. Mit leider waren nicht so viele und auch andere Probleme. Und äh, 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 ä ersetzen League of Nation. Und die Juano hat ja hat alle diese Nachteile ja ja alle diese Nachteile, dass League of Nation hat, ja waren da. Und deshalb haben wir so, ja nach so vielen Jahren wir haben keinen Weltkrieg. Und aber ja die Juano hat eine große Rolle spielt ja zufrieden und zu bekommen. Ja aber jetzt ist jetzt die UNO hat so viele Nachteile auch zum Beispiel diese fünf Nationen starke Nationen hat ja Vito Power und deshalb ja andere Länder finde ich sehr schlecht etwas besonders zu machen und China immer benutzen diese Vito Power India ja gegen India ja permanent Membership zu halten und ja immer unterstützen Pakistan und deshalb Pakistan nach so viele Terrorism Aktivitäten jetzt ist ein Mitglied und die haben keine Restriktion hier ja bitte ich bin ja auch davon total überzeugt und fühle mich zufrieden dass nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder einen Weltkrieg gab wirklich das ist sehr gut und wir haben schon in Weltkriegen gesehen dass es gibt nur Probleme also man sagt dass mehr als 60 Millionen Tote waren da und die Welt sah das alles und fragte sich wir brauchen vielleicht eine Organisation der alle glauben und dann folgen und um die Welt sich Sorgen machen deshalb wurde das ja gegründet sie haben ja total recht Weltfrieden internationale Sicherheit zu bewahren wurde das gegründet kollektive Maßnahmen zu treffen das ist wirklich sehr gut und Klimawandel für Klimawandel wurde auch viel getan gegen Kriege also wurde viel getan gegen Armut wurde viel getan und auch gegen Pandemien wurde getan aber was was fehlt dann manchmal fühlen wir unsicher manchmal herrschen diese Kriege noch immer da und man denkt das oh mein Gott jetzt gibt es noch wieder zum Beispiel gerade wir hören unsere Nachrichten und wir Mist sicher sind vielleicht gibt es noch einen Weltkrieg oder sowas was fehlt eigentlich ja ja bitte Freunde wer will ja hallo guten morgen morgen okay als du gestern dieses Thema in der Gruppe gepostet hast habe ich mich interessiert darüber habe ich meinen Magister studiert aber das fand ich ein Team studiere und heute morgen habe ich dieses Buch gefüllt Short History of Morning Europe und in diesem Buch gibt es einige Informationen die ich gesammelt habe und darüber spreche ich heute über die UNO United Nation Organisation ja also die Vereinigten Nationen ist eine globale internationale Organisation die wir schon wissen und heute gibt es 193 Mitgliedstaaten oder Länder die Teil von UNO sind und der Hauptsitz liegt in New York so wie du schon gesagt hast es ist die Amerika die schon Macht bei sich schon behaltet hat und das ist eine große Schwäche wie wir schon wissen dass diese Organisation wurde 1945 gegründet hat das war nach der zweiten Weltkrieg und wenn wir das Datum sehen dann ist das 26. Juni und der zweite Weltkrieg kam zu Ende am 8. Mai das heißt das heißt innerhalb in 14 Tagen sie haben das realisiert dass es ein bedürfnis ist der internationalen Organisation zu gegründen um die Ruhe und Frieden auf der ganzen Welt beizubehalten und wenn sie sie haben das schon eingesehen wenn sie das nicht machen dann vielleicht gibt es wieder Kriege fast alle Nationen haben viel an dem Krieg an dem zweiten Weltkrieg gelitten und es gab Verlust der Menschen die Lage die Mütigungen und Schmerzen sie wollten es nicht wieder dass sowas in der Welt wieder passieren soll und deswegen und sie wollten auch nicht diese Geschichte soll wiederholen und auf dem Dessen sie haben diese Organisation gegründet und am Anfang glaube ich nicht so viele Nationen die sind vielleicht 15 glaube ich bin ich mir nicht sicher und aber heute ist es 193 aber und sie haben einige Ziele die wie schon gesagt haben die Frieden und Ruhe zu halten und dann sie haben dadurch schon bestimmt dass irgendeine Nation kann nicht jetzt wie vorher in andere Nation einmarschieren und diese Streit und der Streit wenn es zwischen die Nationen gäbe dann vielleicht können sie das beilegen sie wollten versuchen eine Rufe zu bringen und außerdem wir haben auch versucht die gleiche Rechte für jede Nation zu bieten das heißt nicht nur verschafft und sozial aber auch kulturell und sie haben das auch festgestellt dass ab jetzt die Probleme werden ausgelöst und ja über die Rassendiskriminierung schon sie haben was getan dass es soll Rechtsgleichheit für die beiden Männer und Frauen ab jetzt werden existieren und aber über die bildung sie haben das schon gesagt dass sie wollten einfach diese unalphabetisierung gegen unalphabetisierung bekämpfen und deswegen sie arbeiten auch mit den anderen Organisationen einschließlich WHO und also WHO hat versucht die Verbereitung der Krankenheit zu vermeiden aber heutzutage was die Szene von unserer aktuellen Gesellschaft gibt dass es Corona gibt vielleicht hier fehlt UNO ihre rechtliche Funktion und weil sie nicht die rechtliche Informationen um der rechtlichen Zeit hat deswegen vielleicht gibt es Pandemie heute die zurzeit keine Lösung hat und außerdem die einige Probleme die ich auch gesehen habe dass es gibt auch einen Krieg in Syrien aber noch nicht wird gemacht weil es sind die zwei Mächte die auch hier sich eingeschließen haben die sind USA und also Russland die ehemalige Sowjetunion war und ich glaube dass die sind die einigen Probleme obwohl UNO hat viel gemacht aber bis jetzt haben wir keine solche internationale Organisation auf denen wir in den ersten ernsten Sinne vertrauen können und wir haben eigentlich keine Auswahl und auch die Frage der Kishmir wurde auch nicht von den UNO gelöst ich glaube die sind die Schwäche wo UNO nicht so viel getan hat aber naja wenn wir keine Auswahl haben dann vielleicht das ist die richtige Antwort für unsere Frage UNO ist eine solche Organisation die Lösung uns zur Zeit oder bis jetzt bieten kann und wie wir schon also sie haben schwächer gesagt wo fehlt UNO und ich sehe so ein dass obwohl diese Organisation in 1945 gegründet war aber nach diesen Gründen hat wir das gesehen dass die Welt war in zwei Teile geteilt die Ostbesatzung und die Westbesatzung unter den Marken von den USA und Ost unter die Sowjetunion und da hat auch die UNO glaube ich nicht eine wichtige Rolle gespielt weil obwohl es keinen physikalischen Krieg gab aber gibt es einen kalten Krieg und das soll auch nicht passieren also also das ist auch meine Frage das warum hat UNO nicht einige Entscheidungen getan oder jetzt getroffen hat ja lieben Dank wir haben so viele gute Informationen bekommen Dankeschön ja Freunde jemand hat Antwort und will noch das hinzufügen und dann bitte das ist eigentlich das ist der logik dass UNO ist nur eine Gruppe die Gruppe besteht aus 193 Ländern das bedeutet mächtiger als die früher eigentlich damals wenn Weltkrieg zweite war da eigentlich damals zehn oder acht Nationen steigen miteinander und deswegen die schwächeländer denken nein wir brauchen einige Länder mehr damit wir können auch mit diesen zehn oder acht Nationen bekämpfen deswegen haben eine Idee und eine Gruppe gegründet und die Gruppe heißt UNO und deswegen wir finanzieren wir geben Geld zum Beispiel wie schon gesagt haben USA gibt 22 Prozent das ist doch wie ein Viertel ein Fünftel Teil das Geld das ist sehr groß was das bedeutet und jemand hat auch gesagt dass UN hat nichts mit Kashmir Problems zu tun für Kashmir Problem gelöst eigentlich vielleicht nach meiner Meinung oder Information die ich habe UN hat nichts zu tun mit Kashmir eigentlich das Problem sollte von diesen beiden Ländern Indien und Pakistan gelöst werden und es gibt auch damals etwas geschrieben zwischen beiden Ländern aber ja und das wurde schon jetzt diskutiert dass dieses Problem Kashmir Ansprüche sollte von diesen beiden Nationen gelöst und ja das ist ganz logisch ok aber die Karte von UN sagt im Vorwort wir die Völker der Vereinten Nationen also machen das zusammen dann kann jemand auch vielleicht sagen das warum das ist das Problem von zwei Menschen hier gibt es auch Menschen Reste oder sowas und du hast auch Rest also wenn andere Länder inzwischen kommen dann wird vielleicht nochmals einen Krieg also UN versichst auch darauf wenn das Problem ohne UN gelöst werden könnte dann gibt oder muss er auch zweigen und sonst wird das Problem noch größer manchmal zweigen hilft auch oder indirekt helfen geht schon ja aber aber die Krieg sehr aber die Kriegen Serien das ist noch nicht zu Ende gekommen und das ist auch ein großes Problem glaube ich das Problem ist das Problem ist das Verfahren das wird gelöst aber wir müssen ein bisschen warten aber es sind schon zehn Jahre wir brauchen mehr fünf Jahre oder zehn Jahre die sind die Probleme die niemand kann das sagen im voraus das heißt das heißt dass eine Entscheidung in der UNO zu treffen nimmt eigentlich sehr sehr lange Zeit auf das ist doch kein Problem ja langsam eigentlich es gibt diese Probleme hängen von Ländern zu Ländern es gibt einige Nationen die schon Mitglieder sind es gibt auch einige Nationen die nicht Mitglieder sind die Nationen die nicht Mitglieder sind sie sagen warum sollten wir was sie sagen folgen das ist auch ein Problem und die Nationen die Terrorismus unterstützen oder finanzieren die sind die problematisch zum Beispiel Pakistan ist auch unser Nachbar sie machten ab und zu das das Bombardierung und was UN hat gemacht nichts das bedeutet diese Probleme nicht von UN gelöst werden diese Probleme zwischen beiden Ländern zum Beispiel Indien und Pakistan in diesem Fall das sollte von diesen beiden Ländern gelöst werden aber der primär Ziel ist Friede und Ruhe zu machen wo gibt es die wenn sie die primär Ziel nicht erreichen dann ist das nein das ist nur das ist nicht das ist nicht Wahrheit Wahrheit und was ich im Buch geschrieben ist ganz anders stehen okay und in Syrien amerika und russland sie haben unterschiedliche seiten sie stehen und dann ist das auch kein Problem sie sehen ein andere als Gegner und russland denkt ja wenn amerika das allein einsaufen kann dann das bedeutet dass Russland nichts machen also ich muss auch inzwischen kommen und das zeigen ich habe auch Macht und dann glauben einige Menschen einige Länder mir auch oder diese Weise das natürlich das ist doch kein Problem und seit Jahren denkt man diese Struktur muss geändert werden aber auch wenn das geändert wird dann denken die anderen Nationen das sollte jetzt nochmals also das heißt das sollte nicht permanent sein das sollte vielleicht alle zehn Jahre alle 20 Jahren das sollte in Betracht genommen werden vielleicht und Geld natürlich Geld und es ist auch kein Problem also Vito ist natürlich ein großes Problem aber wir sollten auch daran denken was kann UN machen wirtschaftliche Sanktionen oder Militärisches angreifen sowas aber gegen welches Land da ist auch immer dann das Problem Vito Recht auch diese fünf Nationen haben Vito Recht das heißt jedes dieser Länder kann mit Vito Resolution blockieren das ist auch kein Problem USA Britannien Frankreich China Russland wenn wir in heutiger Zeit sehen USA ist ja schon okay China auch okay aber Britannien Frankreich und Russland haben Vito Recht und Indien hat nicht Brasilien hat nicht Vito Recht also das ist nicht logisch vielleicht Deutschland und Japan wollen auch Vito Recht haben einige Afrika will auch aber dann wer inside it wenn diese also ein von diesen pion abjagt dann wird das nicht gelöst vielleicht jetzt ist vielleicht unsere sonst wenn wir denken so was seit Jahren jetzt gibt es vielleicht unsere sonst jetzt sind wir ein bisschen stärker geworden jetzt wird etwas geschafft aber vielleicht jetzt wenn USA hilft jetzt nicht mehr das wurde so gesagt das spielt er auch manchmal und dann nach Zeit denkt USA auch oh nein das geht nicht wenn das wieder vielleicht organisiert wird dann gibt es vielleicht noch mehrere Probleme also warum wir Widerricht nicht haben ist auch nicht ein Fall das ist nicht wegen Bevölkerung oder wegen Geld es gibt vielleicht hunderte Sachen diese Weltpolitik verstehe ich nicht viel aber ja aber das ist natürlich nicht einfach Machtpolitik Geopolitik ja es gibt vieles vielleicht ja Freunde und alle diese Politiken werden von Geld regiert wer finanziert ist Geld und Macht Geld und Macht Russland hat nicht viel Geld aber Macht hat das Land schon ja China Pakistan kann Terrorist Land genannt ja bitte mit mit Waffen könnte man das schaffen aber nein wir wollen nur politische Lösung friedliche Lösung oder friedliche Zukunft brauchen wir wir wollen den Krieg vermeiden auch wenn das viel kostet manchmal Kriege kosten wenig und Frieden kostet viel das ist auch so wenn man lange also jahrelang wartet und hier können wir auch sagen dass wie zumindest schon gesagt hat hier fällt also UNO konnte nicht gut spielen bei Corona Chemiewaffen wurden getestet und sie wollen vielleicht alles vernichten und Utom Bomben ab und zu wir hören dass man testet und UNO konnte nicht schaffen und auch bei einigen Fällen schon aber bei vielen Fällen war das auch positiv und konnte sehr gut handeln wir könnten auch ja das nicht vergessen natürlich überall in Afrika wir hören ab und zu dass es gibt es gibt Bürgerkriege immer wieder und dann sie können wir also UNO siegt diese blauen Soldaten so heißen vielleicht das blauen Soldaten für Frieden und dann wird etwas für einige Zeit also gehalten und dann nach einigen Jahren kommen sie wieder also diese Krisenländer da hat UNO viel geschafft natürlich viel geschafft bei Flüchtlingen auch wurde viel getan bei Kindern für also gegen Armut wurde auch viel getan natürlich das sehen wir auch eine Nation allein kann nicht machen wenn UNO diese Soldaten schickt dann haben die ländern Angst vielleicht wenn wir das nicht folgen dann gibt es wirtschaftliche Sanktionen oder sowas ja ja Freunde wer will hier noch hat jemand noch das zu sagen hallo mindestens haben haben wir kein welt jäkrikt dritte ja bitte bist du sicher wir hoffen wir hoffen ja wir hoffen dass UNO ja schafft das aber ja das ist ja ich bin so sicher ja über das ist auch vorteilhaft für uns als Inder, weil in 1947 haben wir unsere Unabhängigkeit, wir haben angefangen unser unabhängiges Leben zu genießen und das war auch ein Produkt von der UNO, weil sie einfach gesagt haben, dass es ab jetzt entkolonisiert wird und das heißt, dass jede mächtige Länder nicht weiter ihre Herrschaft üben. Sie sollten einfach zurückziehen und die Länder, die über sie kolonisiert haben, sie sollten einfach jetzt frei passen und ich glaube, das ist auch ein Produkt davon, oder? Ja, man kann sagen, dass es gab viele Gründe, das war nicht der einzige Grund, es gab natürlich viele, aber man kann sagen, teilweise vielleicht, ja, das war auch ein Grund, das war ein von diesen Gründen, genau. Okay. Ja, manchmal wird etwas so teuer, dass man muss auch stoppen. Es gibt hundert Gründe vielleicht, meiner Meinung nach. Und manchmal denkt man, warum ist die USA die Weltpolizei? Warum will die USA überall alles stören? Und für eigene Interesse die Länder auch schlagen? Oder gibt es auch Alternativen zur UNO? Es gibt einige Organisationen vielleicht, G7, G7 oder 8, BRICS? Sie lösen auch manchmal die Probleme, aber UNO ist die größte. UNO hat so große Macht und seit Jahren hat gut gespielt und hat jetzt auch genug Mitglieder, also fast alle, nicht alle, aber fast alle sind da, die wichtige Nationen sind da und wenn sie wollen, sie können die Welt herrschen, also richtige Weise und die Probleme haben. Ja, wir haben noch nicht, wir haben noch schon 7 Minuten und wenn ihr man, etwas, dann wäre das ja gut. Ja, wir gehen noch gut. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, Indien hat keine Güte-Power. Wir können auch eine Organisation gründen. Und natürlich haben wir so gute Prime Minister wie Modi. Wir können viel tun. Aber ich weiß, das ist nicht so einfach zu tun. Aber es ist möglich, beispielsweise gerade. Die Situation ist nicht so gut bei uns. Und natürlich, alle Länder schaffen in dieser Zeit. Und wir haben Medikamente gegeben. Und natürlich, die bedanken für uns. So, wir können eine Organisation gründen. Und andere Jahre. Und die Amerikaner haben uns viel zu viel Power gegeben. Aber sie wollen nicht. Und die Menschen sind nicht so gut bei uns. Aber sie wollen nicht. So, wenn wir denken, ja. Aber wir können nicht so gut bei uns. Und natürlich, es ist nicht so einfach. Und es wäre nicht so gut bei uns. Und das ist nicht möglich. Weil sie alle haben Power. Und sie alle haben Macht. Und was wollen sie machen? Und das ist nicht so gut bei uns. Und das ist nicht so gut bei uns. Aber das ist die beste Seite für uns. Wenn wir so gut bei uns. Und die gute Prime Minister haben. So, wir können anders auch tun. Ja, Riti. Aber da muss es dir aber widersprechen. Panchaite geht nur, wenn sie genug Geld haben. Wir leiden an Armut. Wir haben so viele Innenkonflikte. Es wäre vielleicht toll, wenn wir. Und mehr als genug. Wenn wir unsere Konflikte. Wenn wir unseren Menschen auch helfen. Und das in guter Weise schaffen können. Das wird viel, vieles besser. Was wir denken, denkt vielleicht auch Pakistan. Wir sollten eine andere Organisation haben. Oder sowas. Andere können auch sowas denken. Aber wir brauchen das überhaupt nicht. Wir sollten vielleicht unsere Leute. Wir sollten vielleicht unsere Familie gut schaffen. Und darum kümmern. Das wäre vielleicht, ja, nicht toll. Wenn wir schon da. Ja. Ja, vielleicht haben andere Meinungen. Bitte schon. Nein, nein. Sie haben Rest. Aber ich bin auch mit Ritignis einverstanden. Wir können nicht eine neue Organisation bilden. Aber ja. Wir haben viele Probleme. Zum Beispiel Korruption. Armut. Progression. Nationalismus. Terrorismus. Das Harmonie zwischen den Regionen. Oder ja. Die Gemeinden. Und wir sollen zuerst diese Dinge achten. Dann sollen wir für eine neue Organisation denken. Das ist nicht die wichtigste oder die richtige Zeit, um eine neue Organisation zu bilden. Ja, aber wir können auch versuchen, um eine ständige Mitglieder im UNO zu haben. Das können wir machen jetzt. Aber das ist eine neue Organisation. Danke. Ja, ich spreche auch, dass anstatt eine Organisation zu schaffen, sollen wir den Niedergang der Wirtschaft kontrollieren zuerst. Dann wird das problematisch. Dann hilft uns auch nicht später. Aber Ritig hat auch teilweise Rest. Zum Beispiel er sagt, dass jetzt haben wir guten Prime Minister oder sowas. Also wir können, wir brauchen keine neue Organisation. Aber wir können unsere Stimme laut und klar deutlich noch und noch sagen. Und solche Atmosphäre schaffen, dass vielleicht das unformuliert wird. Nochmals das reorganisiert wird. Und das schaffen wir vielleicht schon. Wir haben jetzt mehrere Freunde als früher. In den letzten zehn Jahren ist die Situation ja viel verbessert. Ja, Sie haben recht, dass wir viele Freunde oder Nationen haben. Aber nicht wegen der Minister Modi, die wegen der Markt. Eigentlich wegen der Wirtschaft. Indien ist nicht wie ein großer Markt angesehen. Deswegen, wir haben viele Nationen oder Freunde, wie ich schon gesagt habe. Nicht wegen der Premier Minister. Richtig, deshalb habe ich es gesagt, seit zehn Jahren. Also Premier Minister ist seit fünf Jahren. Ja? Aber genau, Sie haben recht. Macht, wir haben so viele. Wir sind so viel. So viel. Also Bevölkerung. Und das ist ein Problem. Und dann hat das auch Vorteile. Also diese Weise wollen alle unsere Menschen auch als Leute der Organisationen, Firmen. Genau. Natürlich. Natürlich. Das ist nicht so gute Option. Eine neue Organisation gründen. Aber, ja. Und das ist natürlich, das ist nicht so richtige Zeit für diese Entscheidung. Aber, nach fünf Jahren oder zehn Jahren, wenn wir fühlen, ja, brauchen wir eine neue Organisation zu gründen. Dann, natürlich. Dann, natürlich. Wir werden. Wir haben Macht und wir haben so viele Bevölkerung. Wir haben so gute Prime Minister und so gute Politiker auch. Aber. Aber, wenn wir sehen, beauty power, ja, ist weiß nicht darüber, ja, ist weiß nicht darüber. Aber, ja, wenn wir sehen, beauty power ist weiß nicht darüber. Aber, ja, die haben etwas falsch gemacht. Oder, falsch gemacht haben. Und, oder. Sie haben aufgehakt. So, das ist die größte Problem für uns. Zum Beispiel, das ist nicht das Problem. Und, wir haben so viele Male gesagt, oh, Pakistan, sie, wie sagt man auf deutsch, ceasefire oder ceasefire. So, sie machen so viele Male. Waffen nicht still. Waffen nicht still. Waffen nicht still. Ja, Waffen nicht still. Waffen nicht still. Und, wir verlieren unsere, 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 unsere Polizei oder Polizei. So, das, das macht nichts Sinn. Aber, ja, das ist nicht so, das ist nicht die richtige Lösung, eine neue Organisation zu gründen. Aber, wir müssen viel tun. Aber, das ist nicht die richtige Zeit. Das ist die Zeit für uns, ähm, kämpfen, kämpfen gegen Corona-Virus. Und, ja, und wir machen so viel, so, dass ich, äh, das ist alles von meiner Zeit. Ja. Dankeschön, richtig. Dankeschön. Okay. Also, Freunde, seit der Bündung ist UNO durch viele Krisen gegangen und hat viele auch geschafft. Wegen unterschiedlichen, äh, politischen Gründen konnten, äh, die Nationen, äh, manchmal nicht das schaffen. Aber, wir hoffen, äh, äh, was fehlt, sollte, äh, ja auch, äh, repariert werden. Und, äh, das wird dann vielleicht auch die Probleme, äh, äh, also lösen. Ich hoffe, trotz dieser Einschränkungen wurde viel erreicht und, äh, wird noch viel erreichen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir, äh, das Thema auch, äh, äh, ist am Anfang, das ein bisschen schwierig fand. Aber ich denke, dass wir konnten das auch gut schaffen. Das will, äh, das war ein bisschen weg. Er ist ein bisschen weg. Äh, ja, ich würde da haben. Äh, ich möchte ein bisschen, äh, ich möchte da werden. Äh, UNO ist gut. Aber wir brauchen keine UNO. Wenn wir etwas machen, machen wir natürlich. Das ist die Ausdage von unserem Prime Minister. Wir haben schon gemacht, dass wir so viele Entscheidungen gemacht haben. Wir brauchen keine UNO. Wenn wir etwas machen wollen, dann haben wir so viel Mühe und Macht. Danke sehr. Ja, das schaffen wir hoffentlich.